Sie sind Brillenträger, können aber Ihre Alltagsbrille im Sport nur bedingt nutzen? Dann sind Sie im Augenoptik-Fachgeschäft Brillenweiß GmbH in Frankfurt am Main bestens aufgehoben. Gerade Sportler profitieren vom großen technischen Know-how des Traditionsunternehmens. Mithilfe eines Windkanals werden Simulationen durchgeführt, um die ideale Passform für Outdoor-Aktivitäten zu ermitteln. So steht dem optimalen Sehvermögen selbst bei Radrennen und Tauchgängen nichts mehr im Weg. Natürlich lässt Sie das breite Brillenangebot auch beim Arbeiten, Autofahren oder Sonnengut aussehen. Freuen Sie sich auf moderne Exemplare namhafter Hersteller, eine professionelle Farb- und Stilberatung sowie einen gewissenhaft durchgeführten Sehtest. Dank der langjährigen Erfahrung findet das kompetente Team rund um Astrid Gärtner für jeden Kunden die perfekte Sehhilfe. Brillenweiß – Ihr Spezialist mit dem geschulten Auge. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vielen Dank.